Heizung mit Design und Effizienz ist das Feld von Vogel und Not und umfasst die Bereiche Heizkörper und Fußbodenheizungen. Produziert wird übrigens auch in Österreich. Vogel und Not mit Sitz in Wartberg ist untrennbar mit den Begriffen Energieeffizienz, Design und Erstklassik im Service verbunden. Produziert wird nach ISO-Standards in den eigenen Werken in Deutschland, Österreich, Frankreich, England, Polen und Ungarn. Das Sortiment umfasst Flachheizkörper, Designheizkörper, Badheizkörper, Konvektoren und Heizwände sowie Röhrenradiatoren, Fußbodenheizungssysteme, Unterflurkonvektoren und Schornstein- und Abgassysteme. Sämtliche Produkte von Vogel und Not erfüllen alle internationalen Qualitätsstandards. Die Systeme sorgen nicht nur für höchsten Komfort, sondern werden auch ressourcenschonend produziert. Die umweltfreundliche Oberflächenbeschichtung ist widerstandsfähig, aber dennoch rückstandsfrei in der Wiederverarbeitung. Die Neuigkeiten von Vogel und Not bestechen mit Innovation und Nachhaltigkeit. Bei der E2-Technologie handelt es sich um ein neues Wärmeabgabesystem mit intelligenter Regeltechnik, die mitdenkt und welche den Wärmepumpen- und Solartechnikbetrieb ganz wesentlich optimiert. Die Designheizkörper Bava Spar und Vatala Spar sind zwei beliebte Klassiker, welche mit einem neuen eleganten Softline-Design überzeugen. Ihr trendiges Design mit integriertem Mittenanschluss besticht durch weiche Oberflächenkonturen und höchste Funktionalität. Der Designheizkörper Ovalo ist der Trendsetter in Mehrschichtbauweise und konzipiert für neue Bäder in moderner Rundformoptik. Der Floortec Geniac Systemverteiler ist intelligent und einfach zugleich. Das integrierte dezentrale Pumpensystem stellt die Wärme nur dort zur Verfügung, wo diese benötigt wird. Die neuen Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss sind besonders schlank und für Räume mit geringer Platzverfügbarkeit perfekt geeignet. Glatte oder profilierte Oberflächen in vielfältigen Größen- und hoher Heizleistung stehen zur Auswahl. Gemeinsam mit dem Großhandelspartner ÖAG kann Vogel und Not ein flächendeckendes Logistiknetzwerk gewährleisten.